so und dann auf den highway nein wir fahren durch den tunnel wir fahren durch den tunnel sehr schön so ist sehr schön das ist mir eigentlich relativ egal hauptsache wir sind jetzt bald mal da wow das hat stil gehabt so vollidiot sehr schön so jetzt bin ich mal gespannt steig erstmal wieder ein ich weiß ja nicht wie viel zeit ich dann habe danke 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 so schauen wir uns die mission an highway rennt ich habe gehört du brauchst kohle ich habe einen leichten job für dich ich habe eine heiße karre für einen typen gebaut der sich der sich für einen rennt fahrer problem ist dass der wichser den wagen nicht so gut findet so wie ich das hier bist du kein schlechter fahrer und neuer mach eine spritztür mit ihm zeig ihm was das schmuckstück drauf hat und dann beißt er bestimmt an kriege ich mein geld kriegst du dein geld mach einen spritztür so dass der blödmann kapiert was die karre wert ist wie hat er denn genannt der wichser so wie weit ist es von hier aus bis dahin aber das kann ich da na los da drüben steht da was soll ich denn jetzt überhaupt mit dem wagen machen ah der sieht gut aus der wagen ja der sieht nicht schlecht aus fach fach Reicht das, wenn ich dran vorbeifahre? Ja. Ich wette, ich muss jetzt für den quer durch die Stadt fahren. Oh, schneller! Ich überlege gerade mal. Ja, doch, war richtig. So. Okay. Oh, danke, dass du mich als guten Fahrer bezeichnest. Ich hätt' das jetzt weniger gedacht, aber okay. Drei von zehn. Zum Glück funktionieren bei dem Wagen die Bremsen. Ich überlege gerade, wer wäre, wenn bei dem Auto die Bremsen nicht gehen würden. Patsch! Tot! Reicht das? Ist das gültig? Nein, das ist nicht gültig. Ah, los, 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 los! Naja, so ist die Karre jetzt nix mehr wert. Ich stell' mir dann vor. Ich stell' mir dann vor. Ich stell' mir diesen Blick vor. Du sagst, oh, bist du ein guter Fahrer. Zack, fährt der, sollst die Spritztour fahren, kommst zurück, kommt der mit so einem Wagen wieder. Ich stell' mir grad' den Blick des Auto-Mechanikas vor. Sooo. Wo geht der Wegpunkt? Okay, einmal um den Highway rum. Ja, komm, mach hinne. Danke, danke. Ja, komm, mach hinne. Klappt der Motor wieder? So, jetzt ein bisschen Abstand fahren und dann muss ich erstmal wieder heizen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kontrollpunkte hab' ich eigentlich schon. Das werd' ich ja jetzt gleich sehen. Wow, wir fahren ein bisschen rüber, Mensch. Sechs. Mein Gott! Nein! Fuck! Scheiße! Äh, ja, muss ich jetzt hier unten rumfahren. Fuck! Nein! Nein! Also ich wette, das ist eigentlich so eine Mission, die super für Rennfahrer sowas ist. Aber nicht für mich! So ein beknacktes Zeugs, ey. Ein Rad ist vorne auch fast ab. Ein Rad ist vorne auch fast ab. Nein! Ach, Mensch! Ja, super! Blöd, Mann! Das ist dann noch die Bullerei. Oh, der Wagen zieht hier schon ordentlich an, verliert hier schon ordentlich an Leistung. Mal gucken, wie viele Checkpoints ich denn noch vollkriege. Acht von zehn, wo muss der Nächste? Ah ja, jetzt ist einmal oben quer rum. Ja, die Mission muss ich nochmal neu machen. Ganz klar. Ich hätte mich also noch gewundert, wenn ich, ausgerechnet ich, das geschafft hätte. Los, Spreng! Juhu! Juhu! Oh, schade. Juhu! 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 Ich bin so schön! Ich bin so schön! Juhu! Ehe, ich bin so schön! Das fängt ja schon wieder gut an. Ich bin ja richtig begeistert. Der Wagen qualmt auch schon wieder schön, damit es auch richtig Spaß macht. Ja, dann kommt man hinterher, ja, Kops. Zieht der Wagen nach links? Nein. Tut er nicht. Ich muss eigentlich noch meine SMS beantworten. Naja, mache ich gleich. Verdammt! Dieses blöde kaputte Rad da vorne. Das behindert einen ziemlich beim Fahren. Dieses schwabbelige Ding da, ey. So, hier habe ich beim ersten Mal Zeit verloren. Das passiert mir aber nicht nochmal. Das war's. Das war's. Hier ist es nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020